Kuni Awan Dewi Julianto ist ein ehemaliger indonesischer Fußballspieler, der zuletzt bei Pro Duta FC unter Vertrag stand. Er ist der momentane Rekordnationalspieler der indonesischen Fußballnationalmannschaft mit 60 Spielen und 33 Toren. Sein Spitzname Kourus heißt wörtlich übersetzt schlank. Damit ist seine schlanke Figur gemeint. Karriere Kuni Awan ist einer der weniger indonesischen Spieler, die es schon in jungen Jahren nach Europa geschafft haben. In seinem letzten Jahr in der Jugend spielte er für den italienischen Klub Sampdoria Primavera. Später spielte er zwei SISOs in der Schweizer Liga für den FC Luzern. Nach seiner Zeit beim FC Luzern wurde er nach Indonesien zurückgeschickt, da die Nicht-EU-Spielergrenze in der Schweizer Liga überschritten war. Er viele Verletzungen und dadurch einen extremen Formverlust hatte und angeblich auch abhängig von Drogen und dem Nachtleben war. Er war der erste indonesische Spieler, der im UI Cup spielte. Kuni Awan nahm auch an der AFC Champions League und an dem heute nicht mehr existierenden Asian Cup Winners Cup teil. In den späten 90er Jahren hing er in einem Drogenskandal drin und wurde aus der Nationalmannschaft geworfen. Doch diese Entscheidung wurde kurz darauf wieder aufgehoben. Er war schon bei vielen anderen indonesischen Teams unter Vertrag, wie ZB, PSM Okasa, PSPSP Kanbaru, Persebaya Surabaya, Persia Jakarta und auch bei PSS Sliman. Er gewann zweimal die Indonesia Super League 2000 mit PSM Okasa und 2004 mit Persebaya Surabaya. 2000 schoss er für PSM Okasa 23 Tore und landete in der Torschützenliste auf Platz 2 mit einem Tor weniger als Bambang Pamunkas. Während der Saison 1997-1998 war er zwischendurch Führender in der Torschützenliste. Doch aufgrund der Asienkrise wurde die Saison abgebrochen und somit stand kein Meister und kein Torschützenkönig fest. Nach den Stationen Persila Lamongan, PSMS Medan und Tangerang Wolves FC, zuletzt spielte er für Produta FC. Kuni Awan trat in zahlreichen Wettbewerben für die Nationalelf Indonesiens an, darunter bei Olympia-Qualifikationen, Weltmeisterschaftsqualifikationen, Südostasien spielen, der Asienfußballmeisterschaft und der Asienmeisterschaft. Es wurde viel Hoffnung auf seine Schulter gelegt und auch auf die anderen indonesischen Spieler vom Team Sampdoria Primavera, die insgesamt zwei Jahre in Italien ausgebildet wurden. Sie sollten die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 1996 in Atlanta schaffen, bevor sie an Südkorea scheiterten. Bis heute ist er einer der bekanntesten Namen des indonesischen Fußballs. Titel und Erfolge PSM Makassar Indonesia Super League 2000. Perse Bayazurabaya Indonesia Super League